Datensicherheit ist spätestens nach den Schlagzeilen zur NSA-Affäre weiter in das öffentliche Interesse gerückt. Denn Datenlecks oder Angriffe von außen können ganze Geschäftsmodelle lahmlegen. Sicherheitsdienstleistungen für Rechenzentren oder Penetrationstests können Schwachstellen im System von Unternehmen aufdecken und Risiken minimieren. Das Thema sichere Daten ist ein Thema, das in der Öffentlichkeit sehr stark wahrgenommen wird. Und deswegen wollen wir hier mit der TÜV Südsecki TGmbH eine Antwort darauf geben, dass wir hier gute Lösungen für Kunden, für Unternehmen anbieten können, die sagen, dieser Herausforderung wollen wir uns stellen, dass wir uns hier gut absichern. Unternehmen können oft schon mit der Umsetzung einiger wichtiger Regeln eine deutliche Verbesserung des Ist-Standes erreichen. Die Unternehmensleitung sollte genügend Ressourcen zur Verfügung stellen für dieses Thema, sollte dafür sorgen, dass klare Richtlinien im Unternehmen etabliert werden und dass diese Richtlinien auch überprüft werden und dass Mitarbeiter gut geschult werden. Die Dienstleistungen von TÜV Süd geben Unternehmen mehr Sicherheit. Zeitgleich sind sie wichtige Orientierungshilfen für Privatpersonen. Ein Beispiel ist das Safer Shopping-Siegel für sicheres Einkaufen im Netz. Doch auch bei seriösen Anbietern sollten Internetnutzer zu ihrem eigenen Schutz grundsätzliche Regeln beachten. Ganz wichtig ist, dass Sie im Internet nur die Daten wirklich von sich preisgeben, die zwingend notwendig sind. Darüber hinaus können Sie auch, wenn Sie zum Beispiel einen Account im Internet anlegen, hier auch ein sicheres Passwort auswählen. Ein sicheres und gutes Passwort ist mindestens acht Zeichen lang und es sollte nach Möglichkeit eine Kombination von Buchstaben, Zahlen und auch Sonderzeichen sein. Weitere Informationen rund um das Thema Datensicherheit gibt es auf der Internetseite der TÜV Süd SecIT GmbH. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.